Oh oh. Oh oh. Okay. Wie viele sind denn da? Vier Stück. Wie komme ich an die anderen vier ran? Ah. Oh, diese Taschenlampe. Nein. Den... Oh man, da ist ja auch noch einer. Egal. Oh man. Sag mal, wie viele halten die denn aus? Sag mal. Stirbt er auch mal? Ah, mit seiner scheiß Weste. Na ja, tausendmal schießen. Oh, warum leckt denn das Ganze gerade? Habe ich ihn jetzt endlich erwischt. Oh, ich weiß nicht warum, aber es leckt gerade übelst. Ein Frame, das kann ja wohl nicht sein. Jetzt geht's wieder. Okay. Nee, jetzt wieder nicht. Äh, jetzt wieder. Keine Ahnung, woran es liegt, Leute. Ah, die ganze Straße ist leer. Sieht sauber aus. Ja. Ja. Wir müssen die Nationalgarde mobilisieren. Wir müssen die Armee rufen. Helf ihm, Fischer. Hä? Selbst... Wow. Was geht denn jetzt ab? Ich muss nicht mehr davon. Sie ist tot. Du wirst dich noch umbringen. Nein. Ich werd sie da rausholen. Es ist so spät. Du kannst nichts mehr tun. Nein, ich muss die da rausholen. Hör mir zu! Du kannst nichts tun! Du bist rot, Mann! Und wenn du da reingehst, bist du's auch bald! Mir egal! Lass mich los! Dann ist es nicht sicher. Ich gehe nirgends hin. Hier ist es auch nicht sicher. Wer seid ihr komische Spinner mit euren Kampfstiefeln und Knarren überhaupt? Wir sind hier, um zu helfen, mein Herr. Wir handeln im Auftrag der Regierung und sollen die öffentliche Ordnung aufrechterhalten. Schnell, schnell, schnell! Eins, zwei, drei, vier. Sonst noch irgendjemand? Nein. Okay, und los. Es war Fischer! Ist da noch einer? Nö, doch. Da drüben. Oh Mann. Fischer lebt und spaziert irgendwo durch die Straßen von Washing. Wir wissen alle, was er drauf hat. Seid vorsichtig! Hehehe. Gar nicht gut. Tot. Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. Oh, da ist einer. In zwei Minuten ist übertrieben. Ich warte eine halbe Minute natürlich. Na, egal. Oh, 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 hoch, hoch, hoch. Hallo, Freunde. Wann kann ich denn... Dieses blöde Mondlicht, warum kann ich es nicht ausschalten? Okay. Eins, zwei, drei, vier. Wann kann ich den jetzt nicht ausschalten? Jetzt. Nein? Na komm, alle. Egal, ich mach die hintere Reihe und den alleine. Ach doch, ging doch. Na gut, dann bin ich ja froh. Gut, das waren alle. Was steht da? Das weiße Haus erreichen, okay. Kein Problem. Okay. Das geht wohl um die nationale Sicherheit. Sie schütten das Weiße Haus. Tachtung, Tachtung. Die Regierung hat den Nationalen Notstand ausgerufen. Wir müssen sie bitten, nach Hause zu gehen und dort zu warten, bis sich die Lage normalisiert hat. Das Gebiet um das Weiße Haus bleibt zum Schutz der Präsidentin gestärkt. Niemand kommt hinein und niemand hinaus, bis wir andere Befehle erhalten haben. Jeder, der versucht, in den Bereich einzudringen, wird als Terrorist oder Fünderer reingestuft. Was für ein Grafikfehler. So lauten unsere Befehle. Jetzt verlassen Sie bitte die Straße, gehen Sie nach Hause und bleiben Sie dort. Welche Absperrung? Was war denn da? Ach, jetzt haben sie mich wieder entdeckt. Wieder. Ach komm schon. Wie viele sind denn das? Ist das nur einer? Ah. Okay. Oh Mann. So. Aber kann ich provokieren? Pass auf. Chris, bleib wach ab. Ah. Ziel noch immer nicht in Sicht. Geht's nirgends hoch. Chris, bleib doch. Üb. Bis bald. Minecraft bet cuatro. Tschüss. 崩brarend.